Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. So und am Schluss zu Fellner Live am Donnerstag, wie immer, der Quotengarant HC Strache. Willkommen bei Fellner Live HC. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Sie bringen ja Ihre Story immer mit. Heute ist es eine Anklage, die Sie im Gepäck haben, über die wir aber gleich reden. Herzliches Beileid, muss man fast sagen. Letzte Woche haben Sie ja das ganze Land unter Volldampf gehalten mit der Enthüllung des Ibiza-Videos. Und da wollen wir noch einmal ein bisschen Bilanz ziehen, weil das war ja schon ein großer Knaller, könnte man sagen. Da kam plötzlich das ganze Ibiza ans Tageslicht. Schwer verständlich, muss man sagen. A war nicht gut aufgenommen, B war ja doch unter einem gewissen Promille-Faktor produziert. Aber es war ein bisschen anders als die Kurzversion. Und interessant war, dass diejenigen, die sich da eigentlich abgeschossen haben, die Journalisten von Süddeutscher und Spiegel und auch Falter, dass die dann keinen Ton mehr von sich gegeben haben. Die hätten sich eigentlich melden müssen und gesagt, das und das und das ist so und so. Aber es war eine Funkstille. Nur das zeigt, dass diese Medien offensichtlich, ich meine, Gewissen werden es ganz haben, aber vielleicht doch ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Und daher natürlich in dieser unangenehmen Situation der restlosen Aufklärung, die nunmehr vorliegt, auch dankenswerterweise ihres Mediums, aber auch von Express.at, die das gezeigt haben, nämlich die gesamten sieben Stunden, wo jetzt sichtbar geworden ist. Dass es nämlich anders war, als die Süddeutsche, der Spiegel, aber auch Falter berichtet haben und mit einem manipulativ auf drei Minuten verkürzten Videozusammenschnitt damals im Mai 2019 es versucht haben darzustellen. Und das zeigt, es war eine unglaubliche Verleumdung und Manipulation, die jetzt aufgeklärt ist und wo man natürlich auch rechtliche Schritte prüfen muss. Sie fühlen sich von diesem Politporno, wenn ich so sagen darf, der jetzt in voller Länge vorliegt, im Nachhinein rehabilitiert? Also ein Porno war es nicht, sondern das Gegenteil davon, sondern es war ein vermeintlich privater Urlaub, wo wir heute wissen, dass, ich sage, geheimdienstliche kriminelle Strukturen hier eine Falle aufgebaut haben, man dort über sieben Stunden versucht hat, mich unter Alkoholeinfluss in gewisse Suggestiv-Themenbereiche hineinzuführen und ich dort über sieben Stunden konsequent klar eines gezeigt habe, das ist nämlich jetzt amtlich mit sieben Stunden Videobelegen auch bewiesen, dass ich nicht korrupt bin und dass ich keine Wasserprivatisierung wollte. Das heißt, was da jetzt sichtbar geworden ist, ist, dass es sich damals um einen Putsch gehandelt hat, um einen Ibisatentat im wahrsten Sinne des Wortes und dass ich in dem Sinn auch rehabilitiert bin. Und das sehen viele Menschen, denn viele Menschen, die das jetzt gesehen haben, die melden sich ja auch und sind wirklich empört und sagen, das ist ja unglaublich, was für Fake-News gibt es da und wie operierende Medien abseits der Wahrheit nicht an Aufklärung interessiert, sondern offenkundig eine Kampagnisierung gelebt zu haben. Jetzt ist genau eine Woche vergangen, am Donnerstag vor einer Woche wurde dieses Video veröffentlicht. Wie waren denn die Reaktionen darauf? Also ich habe viele, viele Zuschriften bekommen, wo sich viele Bürger auch gemeldet haben bei mir, manche sogar entschuldigend, manche haben gesagt, ich muss mich entschuldigen bei dir, ich habe dir Unrecht getan, ich habe damals aufgrund der drei Minuten Sequenzen, die da veröffentlicht worden sind, das sozusagen einfach so für bare Münze genommen und sehe jetzt, dass es anders war. Und da haben sich manche entschuldigt, manche haben gesagt, du, wir haben immer an dich geglaubt und haben immer gesagt, das ist sicherlich nicht so, wie die dargestellt haben, jetzt haben wir es bestätigt. Also unterschiedlichste Reaktionen, wo aber viele Bürger, die es gesehen haben, heute eines wissen, nämlich sich selbst ihr Urteil bilden können und festhalten, ja, das peinlichste war unter anderem mein Leiberl, das war der Alkoholeinfluss und das kettenrauchende Dasein. Das waren auch schon einige Aussagen von mir relativ peinlich. Die Frage ist ja, das, was Sie gesagt haben, haben Sie ja gesagt, egal ob es manipulativ zusammengeschnitten wurde oder nicht, es haben nur die anderen Aussagen gefehlt, die das in einen Kontext gestellt haben. Nein, das Entscheidende ist ja, der Gesamtkontext zeigt ja, dass ich es anders gesagt habe, als man es verkürzt versucht hat darzustellen. Glauben Sie. Na, das wissen wir, das ist in den sieben Stunden dokumentiert, denn es ist etwas völlig anderes, als wenn Sie im Jahr 2019 behauptet haben und andere Medien, der Strache wollte die Kronenzeitung verkaufen und jetzt feststeht, das ist nicht der Fall gewesen. Kaufen, kaufen, kaufen nicht verkaufen. Na, weder kaufen noch verkaufen, sondern das ist nicht der Fall, wenn man die sieben Stunden sieht, sondern die vermeintliche Oligarchin sagt, sie kauft es fix, sie hat von der Familie Tichern bereits ein Kaufangebot und sie interessiert sich für die Watz-Anteile. Ja, das war Ihre Story und ich sage sogar in den sieben Stunden, ob sie es kauft oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Entweder kauft sie es, dann ist es gescheit und wenn nicht, ist es auch wurscht. Ja, verstehe. Also Sie sind der Meinung, das war eine Rehabilitierung? Also für jeden, der diese sieben Stunden sieht, wird eines klar, der Strache ist nicht korrupt, das ist jetzt per Videobeleg dokumentiert. Der Strache hat für den Verfassungsschutz des österreichischen Wassers auch gekämpft und ist immer dafür eingetreten und nichts anderes, wie er unwahr behauptet worden ist. Und das zeigt, mit welchen Methoden, und ich sage es noch einmal, Stasi-Methoden und kriminellen geheimdienstlichen Methoden, man offenbar politisch unliebsame Persönlichkeiten bereit ist auszuschalten. Und das war es. Und da sollte man eigentlich eine Entschuldigung jener Journalisten erwarten, die das damals produziert und manipuliert und unter Auslassung wesentlicher Teile manipulativ veröffentlicht haben. Aber auch jener Medien, weil die haben ja auch geschwiegen, der österreichische Rundfunk, der zur Wahrheit und Objektivität verpflichtet ist, hat überhaupt keine Berichterstattung zum Besten gegeben, jetzt im Rahmen der Aufklärung. So langfassend. Auch die Kronenzeitung nicht. Also niemand diesbezüglich. Und das ist eigentlich etwas, wo viele Menschen heute sagen, hörst du, das ist schon unglaublich. Das sieht man schon, wie verpolitisiert solche Medienberichte auch teilweise sind. HC, jetzt hat diese Erstfassung des Videos, die Kurzfassung, Sie sagen die manipulative Kurzfassung, dazu geführt, dass Sie zurückgetreten sind. War das jetzt im Nachhinein bisher eine Fehlentscheidung? Und fühlen Sie sich jetzt durch das gesamte Video so rehabilitiert, dass Sie sagen, ich kehre in die Politik zurück? Also entscheidend ist, ich bin nicht deshalb zurückgetreten. Ich bin aufgrund eines manipulativen Videos, das dem Koalitionspartner die Gelegenheit geboten hat, mich zum Anlass zu nehmen, eine Regierung aufzulösen und zu sprengen, habe ich diesem Anlass nicht stattgegeben, sondern ich habe gesagt, ich will nicht der Anlass sein oder der Grund sein, den ihr vorschiebt, damit diese Regierung platzt. Ich übernehme Verantwortung, obwohl ich mir nichts zu Schulden kommen habe lassen, weil ich die Regierung retten will. Da gab es das Versprechen des Bundeskanzlers und der Anlass in der Trankung. Sie haben sich damals für dieses Video sogar bei Ihrer Frau entschuldigt, bei den Wählern entschuldigt. Natürlich, denn Sie sehen ja diese Schweinerei, die damals von diesen Journalisten auch angerichtet wurde. Schweinerei? Ja, die haben ja im Raum stehen gelassen, da hätte es eventuell sexuelle Szenen gegeben, da hätte es eventuell Drogenmissbrauch gegeben und andere falsche Unterstellungen, die man im Raum stehen gelassen hat und sie nicht aufgeklärt hat. Und das war ja der Grund natürlich auch, das einerseits klarzustellen, aber auch meiner Frau gegenüber klar zu signalisieren, ich habe vielleicht blöd geredet, aber ich habe nichts angestellt. Gut, sind Sie fälschlicherweise zurückgetreten? Fühlen Sie sich jetzt so rehabilitiert, dass Sie sagen, eigentlich könnte ich jetzt in die Politik zurückkehren? Also ich hätte damals nicht zurücktreten sollen, das kann man heute im Rückblick festhalten. Das war ein Fehler, diese Entscheidung. Ich hätte mir damals zwei, drei Tage Bedenkzeit geben und gönnen müssen, hätte mich mit meinen engen Wegbegleitern auch zusammensetzen sollen und letztlich auch ankämpfen sollen gegen so einen Attentat. Ich habe das aus dem besagten Grund, den ich vorhin beschrieben habe, leider nicht getan. Aber nein, ich sage, es ist jetzt Zeit zur weiteren Aufklärung und die ist notwendig. Denn was ich ja da erlebe, ist ja sozusagen eine Kette von falschen Anwürfen auf unterschiedlichen Ebenen und die gilt es restlos aber auch sachlich aufzuführen. Fühlen Sie sich rehabilitiert? Glauben Sie, dass Sie wieder zurückkehren sollen in die Politik? Ja, ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen und immer mehr Menschen in dem Land, die das Video gesehen haben, eines feststellen, dass das falsche Unterstellungen waren und dass da eine Rehabilitation der Fall ist. Und viele Bürgerinnen und Bürger sagen, jetzt bitte kämpfe auch um die Aufklärung gegenüber den anderen falschen Anwürfen und Vorwürfen. Aber es wird einsichtbar, da ist etwas mit einer Manipulation losgetreten worden, um einen politisch unliebsamen Patrioten, der nicht nur in Österreich erfolgreich war, sondern über, ich sage, in Europa insgesamt eine erfolgreiche europäische Plattform für die Freiheit geschaffen hat, die man loswerden wollte. Und das war sicherlich, ich sage, gerade wenn es auch aus Deutschland durch die Süddeutsche und den Spiegel initiiert wurde und Sea-Watch und andere Mechanismen dahinterstehen, durchaus wahrscheinlich in eine Richtung gehend, wo man nicht sagen kann, der Bundesnachrichtendienst hat davon nichts mitbekommen. Und ein politisches Comeback ist jetzt wieder möglich, Ihrer Meinung nach? Ich denke, dass, ja, grundsätzlich, ich sage, eine politische Verantwortung und auch ein politisches Comeback niemals auszuschließen ist. Denn es geht um die Aufklärung falscher Anwürfe und dafür kämpfe ich. Denn ich sage, sowas darf sich auf Dauer nicht durchsetzen. Es darf nicht sein, dass man politisch Andersdenkende, die vielleicht einem, ich sage, linken Mainstream oder gewissen Kreisen in der Gesellschaft nicht passen, sogar bereit ist, mit kriminellen Mitteln und Methoden loszuwerden. Das darf sich nicht durchsetzen. Und so gesehen werden die Bürgerinnen und Bürger sich auch eine Meinung bilden können. Jetzt hat dieses Video ja letztlich einen ganzen Tsunami an Justizermittlungen gegen Sie ausgelöst. Da ist ja, ich glaube, sieben verfallen oder so haben Sie am Hals, wenn ich richtig informiert bin. Und das Erste ist heute anklagereif geworden. Und Sie sind heute, glaube ich, davon informiert worden, dass Sie in vier Wochen vor Gericht müssen. Und eine Anklage wegen eines Korruptionsfalls haben, wo Sie angeblich einem Wiener Privatspitalsbesitzer eine Aufnahme in diesen sogenannten Prigraf, also in einen Fonds für Spitalsförderungen, ermöglicht haben. Das ist natürlich schon harter Tobak. Das wird nicht lustig werden, der Prozess. Zum einen bitte ich um Verständnis auch, dass ich mich aus Respekt gegenüber dem unabhängigen Gericht und ich glaube an die unabhängige Gerichtsbarkeit in unserem Land nicht im Vorfeld und auch nicht während einer Verhandlung dazu inhaltlich gegenüber Medien äußern werde. Warum? Die Vorwürfe sind falsch. Und diese falschen Vorwürfe werde ich im Rahmen der Verhandlung auch sachlich entkräften. Warum sage ich das? Weil ich ja auch in den letzten Monaten mit unzähligen falschen Vorwürfen konfrontiert worden bin, unter anderem auch in dem Zusammenhang, wo nämlich der falsche Vorwurf auch von den Medien damals aufgegriffen worden ist, dass ich einen Flug in einem Privatjet nach Ibiza quasi erhalten hätte, was nachweislich nicht stimmt und das Verfahren dort eingestellt worden ist. Aber da haben die Medien skandalisiert, eine Inquisition, eine Vorverurteilung getroffen und das ist dort eingestellt worden. Und jetzt haben wir ein Restverfahren, wenn Sie so wollen, wo weitere falsche Vorwürfe von Seiten der Staatsanwaltschaft erhoben werden. Und da sage ich eines, das werde ich in aller Ruhe und Sachlichkeit entkräften und das ist vor dem unabhängigen Gericht am besten aufgehoben. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich selbstverständlich einen Freispruch erleben werde. Dass Sie auf der Yacht dieses Spitalsbetreibers waren, ist unbestritten oder nicht? Also ich werde jetzt inhaltlich nichts dazu sagen und ich werde auch sehr benebel genau bei dieser Stellungnahme, die ich heute Ihnen gegenüber gegeben habe, bleiben, weil das nichts jetzt in der Öffentlichkeit verloren hat. Es wird ein Gericht sich sachlich damit auseinandersetzen und ein Urteil treffen. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass diese falschen Vorwürfe, die da völlig in unterschiedlichen und falschen Zusammenhängen gebraucht werden, auch vom Gericht entsprechend bewertet werden. Was ja dann der nächste Erfolg von Ihnen wäre und dann rückt ja das politische Comeback immer näher, würde ich einmal sagen. Überbleibt natürlich, dass Sie kräftig in Ihre Tasche greifen werden müssen, weil so ein Prozess kostet meistens ein paar hunderttausend Euro an Anwaltskosten. Schauen Sie, keine Frage, dass so etwas, ich sage im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur eine physische und psychische Belastung darstellt, sondern auch eine Existenzgefährdung für jemanden darstellt, brauche ich Ihnen nicht erklären. Noch dazu, wenn seine ehemalige freiheitliche Familie und die Struktur einen hier fallen gelassen hat und nicht unterstützt, wenn es darum geht, restlose Aufklärung sicherzustellen und auch bei den Gerichtsverfahren entsprechend erfolgreich sein zu können. Das muss ich heute alleine stemmen. Ich habe zum Glück mich im Oktober 2019 selbstständig gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ein bisschen was da aufbauen konnte, auch an Kunden starb. Ist nicht leicht, auch aufgrund von Corona. Und das ist Monat für Monat ein Überlebenskampf, wo ich Ihnen sagen kann, das zu bewerkstelligen, weiß ich nicht, ob ich es schaffen werde, aber ich gebe nicht auf. Aber natürlich nicht leicht dann, aus diesen privaten Einkünften als Unternehmer so horrende Anwaltskosten zu finanzieren, die sicher in die hunderttausend gehen werden, in Summen. Schauen Sie, das weiß man nie. Ich weiß nur jetzt, dass ich bereits jetzt schon fast zwei Jahre Ermittlungen erlebe. Das heißt, zwei Jahre Ermittlungen, wo ja, ich sage, Anwaltskosten auch entstanden sind, die horrend sind. Und die muss man, ich sage, privatwirtschaftlich einmal verdienen. Denn das wird ja leider als Privatvergnügen vom Finanzamt bewertet. Und das kann man nicht einmal steuerrechtlich abschreiben. Und daneben müssen Sie noch eine Miete zahlen und noch die Familie ernähren. Und das ist ja für meine Kinder und für meine Familie alles nicht lustig. Das ist eine unglaubliche Belastungsgrenze. Jetzt hat Ihr Ibiza-Video ja eine ganze Serie an Korruptionsermittlungen in Österreich ausgelöst, die von Woche zu Woche neue Turbulenzen schlagen. Ein Chat nach dem anderen kommt an die Öffentlichkeit. Die Chats zwischen Ihnen und Sebastian Kurz wurden mittlerweile sogar vom Presseerat freigegeben. Ich sage, das ist in Ordnung, die abzudrucken. Das Ganze hat jetzt aber ein neues Niveau erreicht mit dem Chatwechsel zwischen Kurz und Schmid und Schmid und Blümel. Was sagen Sie denn dazu? Dekodant oder ein Skandal? Na ja, schauen Sie, ich sage, zwei Sellen in meiner Brust. Denn einerseits erlebt man, dass immer wieder Aktenbestandteile der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die eigentlich, ich sage, jetzt keinen Anlass geben, dass da irgendein strafrechtlicher Vorwurf gegeben wäre, sondern tief ins Private hineingehen, veröffentlicht werden. Privatbilder zum Beispiel. Zum Beispiel Privatbilder. Ich möchte jetzt die Begrifflichkeit nicht verwenden, wo, ich sage, Nacktfotos, wurscht, ob das jetzt männliche oder weibliche Nacktfotos sind, die da auf einmal, ich sage zumindest, ich sage geneigten Journalisten oder Personen in der Öffentlichkeit kommunikativ mitgeteilt worden sind. Das ist schon alles sehr eigenartig. Und natürlich kann man darüber diskutieren. Von wenn die mitgeteilt worden sind. Ja, das ist die Frage. Es hat ja nur, also ich gehe davon aus, dass das ja nicht der Anwalt vom Herrn Öberg-Schmidt, dem Herrn Fussi mitgeteilt haben wird, sondern dass das eher aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kommt. Und wenn dann der Herr Fussi plötzlich über diese Bilder, jetzt, ob das jetzt die Penis-Affäre oder wie man die auch immer nennen mag, ist, wo 2500 Bilder da, das Private, nämlich die vielleicht für eine sexuelle Orientierung sprechen, aber in Wahrheit zutiefst privat ist, weil in Wahrheit hat es niemanden zu interessieren, ob der da auf Frauen oder auf Männer steht. Das wollen wir uns da glaube ich auch nicht diskutieren. Nein, aber das müsste man dem Herrn Fussi mal sagen, weil er das versucht, irgendwie da sozusagen in den Raum hineinzustellen. Das entbehört sich. Nein, und das Einzige, das ist natürlich etwas Fragwürdiges. Und natürlich darüber hinaus muss man sagen, wenn sowas auf einem Diensthandy ist, dann ist es natürlich unangenehm und nicht verständlich. Es werden ja keine dienstlichen Fotos gewesen sein. Davon muss man ausgehen. Also was jetzt? Na, dienstliche Fotos wäre es gar nicht. Ist es eine Sauerei, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist, oder ist es gerechtfertigt? Es ist in Wahrheit einmal grundsätzlich eine Sauerei, dass Aktenbestandteile an die Öffentlichkeit offenbar kommunikativ oder manchmal sogar real mit Bildern zugespielt werden. Sowas hat im Gerichtssaal, wenn es einen strafrechtlichen Wert hat, Behandlung zu finden, aber nicht im Sinne einer medialen Inquisition und Vorverurteilung oder vielleicht sogar noch jemandem eine sexuelle Orientierung umzuhängen. Also eine Inquisition in Irma. Dass aber so etwas auf einem Diensthandy nichts verloren hat, ist außer Streit gestellt. Da braucht man nicht diskutieren. Es gibt ja andere Vorwürfe gegen den Herrn Schmidt von der ÖBAG. Es gibt ja Korruptionsvorwürfe, wo die Unschuldsvermutung selbstverständlich gilt. Es gibt Missbrauch von Substanzen, wo die Unschuldsvermutung gilt. Darf ich zum Schluss noch fragen, Herr Strache? Diese SMS sind ja nach Meinung vieler Journalisten ein Sittenbild dieser türkisen Partie, wie man sagt. Das waren ja Ihre Koalitionspartner, Ihre Freunde. Mit denen wollten Sie eigentlich einen neuen politischen Stil in Österreich starten. Herr Fellner, ich schätze ja Ihre zugespitzten Begrifflichkeiten, aber Freunde von mir waren das nie. Das waren Koalitionspartner. Zumindest wollten Sie einen gemeinsamen politischen Stil mit denen starten. Nein, wir wollten für das Land etwas weiterbringen. Und den Anspruch habe ich gestellt in meiner Regierungsverantwortung, für das Land und für die Menschen etwas weiterzubringen, wo ich ja immer wieder erleben musste, dass ich beim Koalitionspartner auf Granit gebissen habe. Und was sagen Sie jetzt zu diesen Chats? Naja, die Chats sind schon ein Sittenbild dahingehend, dass dort eine ganz enge Verhaberung sichtbar geworden ist. Ich meine, man kann jetzt über die Chats auch philosophieren. Ich liebe dich, mein Kanzler. Das ist alles ein bisschen sehr nebulos und eigenartig. Es ist ein Neuverhältnis auf alle Fälle sichtbar geworden, wo man den Eindruck hat, dass hier jemand durch das Neuverhältnis sich sogar die Ausschreibung für die ÖPAG-Position irgendwie selbst gerichtet haben könnte. Und dass da solche Entscheidungen... Das ist ja alles mit Ihrer Zustimmung passiert. Nein, das ist nicht mit meiner Zustimmung passiert, dass der Herr Schmid, so wie es jetzt im Raum steht oder ihm unterstellt wird oder ermittelt wird, dass der sozusagen sich selbst diese Ausschreibung gemacht hat. Aber Sie haben ihn ja zum ÖPAG-Chef mitgemacht. Bereuen Sie das im Nachhinein? Na, schauen Sie, in einer Koalition ist es immer so, dass es klare Regelungen gibt. Und die Regelung war klar, dass das Finanzressort, wo ein ÖVP-Minister auch die Verantwortung hatte, dort auch eine Letztentscheidung vorhanden ist, so wie bei freiheitlichen Ressorts. Und in dem Fall habe ich gekämpft, ja wie ein Löwe, aber mich dort leider nicht durchgesetzt, dass es einen Doppelvorstand bei der ÖPAG geben soll. Weil das wäre nämlich vernünftig. Da hat die ÖVP sich mit allen Mitteln quergelegt. Gekämpft wie ein Löwe. Und hat damals das Argument gebracht, dass beim Infrastrukturminister Hofer er auch als Minister in den entscheidenden Bereichen auch die Letztentscheidung hat. Und das hat die ÖVP für sich auch in diesem Bereich in Anspruch genommen. Bei den Aufsichtsräten, wissen Sie, gab es ja Vorschläge bei der Koalitionsparteien, aber auch der Gewerkschaft. Also das war gegen Ihren Willen? Naja, ich habe es zu akzeptieren gehabt, dass die ÖVP diese Entwicklung genommen hat. Und im Nachhinein, sagen Sie, schau da an, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, oder haben Sie sich das eh so vorgestellt immer? Naja, im Nachhinein kommt man auf einiges so drauf, wenn man Dinge revue passieren lässt. Auf was kommt man drauf? Naja, wir haben ja auch erlebt, dass die ÖVP einen Casino-Gesetzesänderungsvorschlag, ohne den mit uns verhandelt zu haben, ohne den mit uns gespiegelt zu haben, versucht haben, sozusagen da durchzuschummeln, der dann auch zurückgeworfen wurde. Und das zeigt, dass man da offenbar mit sehr fragwürdigen Mitteln und Methoden gewisse Interessenslagen versucht hat zu bedienen. Also Sie halten das schon für ein Sittenbild, was wir hier sehen? Den Eindruck hat man, aber natürlich, ich sage, gilt es jetzt zu bewerten, was die Ermittlungen ergeben. Gut, das war HC Strache, die erste Runde. Spannend wie immer am Donnerstag. Wir haben aber noch zwei spannende Runden mit ihm vor. Einmal geht es um die FPÖ. Die Frage ist, zerbröselt die jetzt von uns alle Augen und gibt es demnächst einen Riesen-Crash? Das wird uns der HC Strache, Insider, der in der FPÖ noch immer ist, gleich verraten nach der Werbepause. Und dann, im dritten Einstieg, geht es natürlich noch um die zwei Themen dieser Woche, Anschob und Lockdown. Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. HC Strache am Donnerstag als Schlusspunkt in einem spannenden Vellner live. Die erste Runde war insofern ein bisschen mehr Kulpa, als wir über das Ibiza-Video und seine Rehabilitierung gesprochen haben, über die Anklage, die er heute serviert bekommen hat, aber auch über die ÖBAG-Chats. Jetzt reden wir über HC Strache, fußfrei erste Reihe. In dieser Position kann er sich derzeit anschauen, was bei seiner einst so geliebten FPÖ alles passiert. Da geht es ja drunter und drüber. Man hat ja das Gefühl, da kracht es bald. Da hat ja in den letzten Tagen der FPÖ-Chef Norbert Hofer sich klar für eine Maskenpflicht im Parlament ausgesprochen, wurde daraufhin in einer Clubsitzung, zu der er nicht erschienen ist, hingerichtet von den eigenen Abgeordneten. Einstimmig haben alle gegen ihn gestimmt. Und jetzt ist die Frage, kann so jemand noch länger Parteichef bleiben? Herr Strache, wie sehen Sie dieses Maskenscharmützel in der FPÖ derzeit? Also einmal grundsätzlich möchte ich festhalten, dass mir angesichts der Gesamtentwicklung das Herz blutet. Weil es braucht eine starke freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft in dem Land. Und da ist ja sozusagen seit meinem Rücktritt bis heute wahnsinnig viel schiefgelaufen, auch im Umgang miteinander. Und was wir da erleben, beschreiben Sie zu Recht, dass es da ein machtpolitisches Vakuum gibt, das da hinterlassen wurde. Und wo man nach dem Königsmord erlebt, dass die Konflikte sozusagen um die Führungsposition weitergehen. Und dass da Streit und Hader vorhanden ist und auch Lagerbildungen sichtbar werden, die sich jetzt sozusagen kulminiert haben. In dem Bereich der letzten Woche, wo der Parteiobmann Hofer hier vorgegeben hat, dass jeder im Parlament des Freiheitlichen Clubs verpflichtet ist, Masken zu tragen. Und wer sich nicht daran hält, der agiert in einer Art Selbstüberhöhung. Und das war natürlich klar eine Botschaft in Richtung des Klubobmanns Herbert Kickls. Weil der Herbert Kickl hat ja definitiv gesagt, wir tragen keine Masken als FPÖ. Und alle Abgeordneten, alle haben sich daran gehalten. Keiner trägt Masken. Genau, es hat also dann am Freitag nach dem Hofer-Tweet, das war ja, er hat ja da etwas getwittert, und nach einem Tweet, wo er da sozusagen was ausgerichtet hat, hat es dann eine Sitzung gegeben im Freiheitlichen Parlamentsklub, wo der gesamte Klub, nämlich alle Abgeordneten des Freiheitlichen Parlamentsklubs, einstimmig eines festgehalten haben, nämlich dass sie dieser Maskenpositionierung des Norbert Hofers eine Absage erteilt haben. Wohlweislich ist er gar nicht gekommen, er hat die Sitzung geschwänzt, er hat offenbar im Vorfeld mitbekommen, aber heute, das könnte in die Richtung gehen, da könnte ich mich nicht durchsetzen, hat gleich geschwänzt, sozusagen als Feigheit vor der Auseinandersetzung. Und der zweite Bereich, der ja auch ganz interessant ist, den Sie vergessen haben, es hat noch einen zweiten einstimmigen Beschluss gegeben, nämlich den Beschluss, dass während dieser Regierungsperiode der Freiheitliche Parlamentsklub einstimmig beschlossen hat, dass es keinen fliegenden Wechsel geben wird zur ÖVP und dass man so etwas nicht unterstützt. Und das ist auch eine klare Absage. Da haben offenbar ein paar geahnt, dass da hinter den Kulissen Gespräche geführt werden, oder? Naja, das ist genau der Punkt. Man hat also wirklich auch durch das Verhalten in den letzten Monaten den Eindruck gewonnen, dass unter Norbert Hofer, ja, dass der quasi für eine Regierungsbeteiligung mit allen Mitteln im Hintergrund kämpft und da auch offenbar mit Kulissen verhandelt hat. Naja, aber sowas beschließt man ja nicht aus Jux und Dollar. Sag ich ja. Sondern sowas beschließt man ja dann, wenn man klare Hinweise darauf hat, dass ein Parteichef so etwas verhandeln tut. Das wollte ich gerade ausführen, wo Sie mich unterbrochen haben, wo man den Eindruck hat, dass Norbert Hofer, wenn es um eine Regierungsbeteiligung geht und die Anpassung an das System, bereit ist, den Freiheitlichen Hof und das Freiheitliche Haus zu verkaufen und zu verraten. Und da dürften einige von diesen Hintergrundgesprächen mitbekommen haben und ihm jetzt klar und deutlich einen Riegel vorgeschoben haben. Also so gesehen ist das natürlich ein ganz entscheidender Machtkampf, wo man sagen muss, dass Norbert Hofer ist ein Obmann ohne Basis und ohne Rückhalt und wird heute eigentlich schon als ÖVPler zugeordnet. Das ist, wie wenn die ÖVP da einen Obmann bei der Freiheitlichen Partei heute platziert hätte, so sieht man das. Und so gesehen ist er ein Obmann ohne Rückhalt und so gesehen ist es durchaus interessant gewesen, dass nach dieser Sitzung mit den Beschlüssen offenbar die Umgebung um den Hofer über den Standard da quasi ausrichten haben lassen, quasi drohend, wenn man sich da jetzt nicht bald wieder auf Hoferlinie begibt, dann könnten sogar Ausschlüsse von ihm angedacht werden. Und das zeigt schon auf, dass da die Felsen fliegen. Jetzt haben Sie ja in diesen Gesprächen, die wir hier haben, schon ein paar Mal angedeutet, dass Sie den Norbert Hofer für den falschen Parteichef halten. Ist er Ihrer Meinung nach eine Fehlbesetzung? Also ich bin davon überzeugt, dass Norbert Hofer durchaus eine gute Qualität auch immer gelebt und gezeigt hat, nämlich als Stellvertreter auch von mir, auch als Minister, als Infrastrukturminister. Da oder dort haben wir damals schon erlebt bei den Regierungsverhandlungen und dann später in der Koordination, dass er zu sehr auf Ausgleich bedacht ist und teilweise zu diplomatisch, ich sage, immer wieder nachgegeben hat und in Wahrheit die ÖVP mit ihm ein leichtes Spiel hatte. Da musste ich immer gegensteuern und korrigierend eingreifen. Also er ist nicht der Mann in der ersten Reihe. Und das wird jetzt ganz deutlich sichtbar. Und jetzt sage ich Ihnen ganz offen, wer macht denn Politik die letzten Monate? Ich sehe in der Freiheitlichen Partei weder in Wien jemanden, der freiheitliche Politik machen würde für die Menschen in der Stadt, noch auf Bundesebene den Norbert Hofer. Den einzigen, den man sieht, Politik machen und der eine Position hat, jetzt kann man die durchaus auch kritisch betrachten, dass vielleicht da oder dort man zu hart, zu schroff, zu aggressiv vorgeht und das mit zu wenig Schmäh und Sympathie macht. Aber wer eine Linie hat, das ist der Herbert Kickl. Und die wird immer wieder konterkariert von Norbert Hofer. Und damit haben wir das Problem, dass die FPÖ nach außen hin überhaupt nicht gut wahrgenommen wird. Und da haben wir Lagerbildungen, die in der FPÖ immer ungesund waren und immer geschadet haben. Und die habe ich damals unter meiner Zeit als Obmann eigentlich überwunden. Da habe ich es geschafft, dass wir die Lagerbildungen überwunden hatten. Und nur wenn man das schafft, gibt es die Chance auf einen Erfolgsweg. Ja, jetzt sind ja zwischen Ihnen und Kickl nach Ihrem Rücktritt eine Zeit lang einige Fetzen geflogen. Der hat Ihnen ja ein paar nicht sehr schöne Sachen nachgesagt. Trotzdem haben Sie jetzt irgendwie die Größe gehabt, um zu sagen, das, was der macht, ist politisch gut. Das ist ein FPÖ-Politiker, wie ich ihn mir wünsche. Der soll Parteichef führen. Schauen Sie, es geht ja nicht um persönliche Befindlichkeiten. Und es geht ja nicht darum, dass da Krenkungen passiert sind. Ja, keine Frage. Da hat es Krenkungen gegeben. Da hat es Dinge gegeben, die natürlich verletzend waren. Ich sage, da bin ich auch nicht wehleidig. Das muss man auch verarbeiten. Damit muss man auch zurande kommen. Sondern es geht um die sachliche Bewertung. Wer vertritt freiheitliche Positionen? Und wenn es um Grundrechte, wenn es um Freiheitsrechte geht, wenn es um eine falsche Integrations- und Sicherheitspolitik in dem Land geht, wenn es darum geht, dass, ich sage, die soziale Heimatpartei, und das war ja meine soziale Heimatpartei, für die ich 15 Jahre lang gekämpft habe, dass wir eine soziale Verantwortung für die Schwächsten in unserer Gesellschaft auch leben. Ich meine, die große sozialpolitische Krise kommt ja erst. Wir erleben ja durch diesen Corona-Wahnsinn und die falschen Entscheidungen eine wirtschaftspolitische, arbeitsmarktpolitische Entwicklung, wo in dem Land Selbstmord begangen wird. Da kommen die sozialpolitischen Krisen erst auf uns zu. Und da vertritt der Herbert Kickl diese Positionen, die wichtig und notwendig sind. Ich sage, ein bisschen mehr Schmäh und ein bisschen mehr Lockerheit und ein bisschen mehr Sympathie würde ihm guttun, aber inhaltlich spricht er das Richtige an. Gut, so wie er Ihnen früher die Reden geschrieben hat, sollten Sie jetzt ihm die Reden schreiben. Nein, also das ist ja genau die Mehrheit. Also der Herbert Kickl hat nicht meine Reden geschrieben. Ich finde es ja insofern deshalb belustigend. Offenbar war es ihm ein Anliegen, in der Vergangenheit diesen Eindruck zu vermitteln, und nein, ich habe meine Mitarbeiter gehabt, ich habe unter anderem tolle Referenten gehabt und die haben immer wieder natürlich im Sinne von inhaltlichen Vorbereitungen mir auch Inhalte vorbereitet, aber die Reden habe ich selber gehalten, teilweise stehgreif und nicht gelesen. HC, das war ja nur ein kleiner Scherz dazwischen, aber um wieder zum Ernst zu kommen. HC, Sie glauben, es wird in der FPÖ jetzt demnächst krachen und am Ende dieses Krachs wird Herbert Kickl Parteichef sein. Also ich kann nur hoffen, dass dort alle Beteiligten zur Vernunft kommen und in Wahrheit müsste man, also ich sage, in Wahrheit müsste man den Charakter haben, im Sinne für die Verantwortung in dem Land und für die freiheitliche Familie insgesamt, hier sich zusammenzusetzen, klare Linien zu beschließen und die zu verfolgen und in Wahrheit, ich sage auch da oder dort, die Größe zu haben, sich, was das Verhalten mir gegenüber betrifft, zu entschuldigen und zu sagen, reichen wir uns die Hand. Aber heißt es, Hofer sollte zurücktreten? Hofer sollte den Parteichef abgeben? Also ich bin davon überzeugt, dass er als Obmann nicht imstande ist, diese Aufgabe zu meistern und ich glaube auch, dass er es aus gesundheitlichen Gründen nicht schafft. Und so gesehen muss ich ja dem Rudi Anschober wirklich größten Respekt auch zollen. Zu dem kommen wir mal gleich. Aber Hofer sollte abtreten, Ihrer Meinung nach, und den Weg für Kickl frei machen? Schauen Sie, ob Kickl dann selbst bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, ob er sich zutraut, auch wirklich sozusagen in der ersten Reihe als Obmann zu stehen und diese Breite dann mitbringen kann, damit die freiheitliche Familie zu einem Erfolgsweg, wo sie eigentlich hinkert, denn eigentlich bei der Krise müsste die freiheitliche Partei heute bei rund 25 Prozent wieder liegen und befindet sich bei 17. Das zeigt ja, dass da offenbar im Gesamtbild etwas nicht passt, im Verkauf etwas nicht passt, an den Inhalten, dass eine oder andere nachjustiert werden muss. Also ich glaube, das muss man schon, ich sage, breiter sehen. Und natürlich hat es den Eindruck und die Ansage hat er ja geliefert, dass er sich zutraut und der Parteitag steht ihm übrigens auch. Und das ist noch eine interessante Passageerfehler. Das haben wir nämlich vergessen. Eigentlich hat das freiheitliche Statut eine klare Bindung, nämlich alle drei Jahre einen ordentlichen Bundesparteitag abzuhalten. Und der letzte war zwar 17, nämlich vor der Regierungsbeteiligung. Das heißt, wir sind schon überfällig. Und es müsste eigentlich laut Statut der Obmann jetzt sofort, weil die drei Jahre sind vorbei, einen ordentlichen Parteitag ausschreiben, wo in Wahrheit der Obmann, aber auch der zukünftige Spitzenkandidat in der Nationalratswahl zu wählen werden. Und damit könnte man endlich eine Entscheidung treffen und diese Konflikte beenden. Der hätte dort keine Mehrheit mehr, der Norbert Hofer, Ihrer Meinung nach. Also schauen Sie, natürlich kann man, man ist kein Hellseher, aber ich bin davon überzeugt, wenn ich selbst, und ich habe ja durchaus das mit der Basiskontakt, und das schreiben ja viele, die eigentlich sagen, bitte versöhnt es euch, gebt es euch die Hand, macht es eine Aussöhnung, reicht es euch die Hand, der Herbert Kickl und du, ihr werdet ein tolles Gespann, das sagen ja viele. Viele sagen, es wäre vernünftig, wenn der Hofer als Obmann zurücklegt und ein Parteitag kommt und dann, wenn Herbert Kickl sich es zutraut, auch die Verantwortung übernimmt. Das heißt, Sie haben jetzt schon angedeutet, viele in der FPÖ wollen, dass sie zurückkommen. Wollen Sie selber wieder zurückkommen? Würden Sie wieder in die FPÖ zurückkehren? Schauen Sie, das ist ja meine freundliche Familie und das bleibt sie ja auch bei all dem, was passiert ist. Manchmal gibt es halt einen Familienstreit, da sind leider unschöne Szenen auch, hat es gegeben, und unschöne Entwicklungen, aber ich glaube, es ist immer wichtig, auch in einer Familie, ich sage, sich auszusprechen und die Hand zu reichen und an mir soll es nicht liegen, ich reiche die Hand, ich stehe für eine Aussöhnung und ich glaube, das freiheitliche Lager und die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft braucht einen starken Zusammenhalt, um wirklich stark zurückzukommen. Das ist sensationell. Sie reichen dem Herbert Kickl die Hand und sagen, lass mich wieder rein in die FPÖ, ich bin bereit zurückzukommen und mit dir gemeinsam das zu machen. Du kannst Parteichef sein, ich bin Spitzenkandidat oder wie stellen Sie sich das vor? Da interpretieren Sie schon wieder viel zu viel hinein, sondern wenn Sie die Hand um die Handreichung geht, dass ich ein Teil dieser freiheitlichen Familie bin, dann geht es darum, dass ich auch als Mitglied natürlich Teil der Familie sein sollte und da redet man jetzt nicht über irgendeine Verantwortlichkeitsposition, sondern dass man einfach festhält, ich habe in vielen Jahren vieles für diese Familie getan und möglich gemacht und ich bin Bestandteil dieser Familie und man hat mir mit Vorverurteilungen auch Unrecht getan und die sollten wir dann auch rückgängig machen. Sie wollen wieder zurück in die FPÖ? Ja, ich bin Teil der Familie in Wahrheit und in Wahrheit gehört das auch irgendwo, ich sage auch amtlich gemacht, denn dieser Ausschluss, der passiert ist mir gegenüber, war nicht korrekt und es war auch nicht korrekt, dass man meine Frau quasi vorweg ausgeschlossen hat, die sich nämlich gar nichts zu Schulden kommen hat lassen, wir haben auch nichts zu Schulden kommen lassen, sondern wir haben erleben müssen, dass es Vorverurteilungen gegeben hat aufgrund eines manipulativen Videos und aufgrund falscher Vorwürfe und man sollte nie Vorverurteilen, man sollte immer die Gerichte die letzte Entscheidung treffen lassen. Spannend. HC Strache ist bereit, in die FPÖ zurückzugehen und er sagt, reichen wir uns die Hand, Herbert Kickl und HC Strache. Spannend. Ja? Danke HC für diese zweite Runde. Kurze Werbepause und wenn wir den HC schon im Studio haben, wie immer am Donnerstag, dann soll er auch ein bisschen die politische Bilanz dieser Woche ziehen und da haben wir natürlich zwei Themen, die extrem emotional bewegt haben. Der Rücktritt von Rudi Anschober, den er hier ungefähr gezählte 20 Mal gefordert hat und der Lockdown, den er hier gezählte 100 Mal abgelehnt hat. Wir sind gleich wieder da. HC Strache zu Gast am Donnerstag und da ziehen wir ein bisschen auch immer die Bilanz der Woche und HC, das vor einer Woche, da hat es aber ordentlich gerüttelt in der Innenpolitik, da ist es heiß hergegangen. Zunächst einmal der Rücktritt von Rudi Anschober. 41 etwas, was Sie da ja unzählige Male gefordert haben. Wie sehen Sie diesen Rücktritt jetzt? Also grundsätzlich, und ich war von Beginn an ein Kritiker, und zwar ein sehr massiver Kritiker, haben Sie ja festgehalten, zu Recht, von Rudi Anschober und der Rücktritt war überfällig aus anderen Gründen. Aus welchen Gründen? Naja, aus politischen Gründen in Wahrheit, denn was da angerichtet worden ist, auf das kommen wir ja hoffentlich noch zu sprechen, aber jetzt möchte ich schon eines bewerten, und das ist mir schon auch wichtig, weil ich sage, in der Politik bei allen Auseinandersetzungen gehört eine Menschlichkeit auch dazu, und ich wünsche ihm natürlich baldige Besserung und auch volle Genesung, denn es gehört auch eine Kraft und eine Stärke, eine persönliche dazu, sich einzugestehen, dass man sozusagen aus gesundheitlichen Gründen oder wenn man, ich sage, die Kraft nicht mehr hat, auch einen Rücktritt zu erklären und diesen auch zu entscheiden und da muss man wirklich sagen, also diese Entscheidung hat er getroffen, dazu gehört auch eine persönliche Kraft und Stärke und das muss man schon auch respektieren und auch festhalten, ja, die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, da gibt es keinen Job oder keine Karriere, die wichtiger sein kann und ich glaube, diese Entscheidung hat er auch für sich getroffen, ansonsten inhaltlich, ja, vollkommen richtig, da bin ich ein großer Kritiker und sein neuer, der neue Nachfolger, der Herr Doktor, jetzt muss ich nachschauen, Mückstein, der ja ein Befürworter eines brutalen, harten Lockdowns ist und der, ich sage, ein grüner Impfpass-Fetisch ist, der macht es ja inhaltlich leider nicht besser, auf den können wir ja noch zu sprechen kommen. Ja, darf ich nur ganz kurz noch zum Rücktritt zu sprechen kommen. Sie haben ja so einen Rücktritt selbst erlebt, ja, es war alles andere als lustig, Sie waren damals auch fix und fertig, jetzt nicht physisch, aber psychisch nehme ich an, das war nicht lustig, die Nacht davor und der ganze Gemütszustand und so, wie fühlt man sich denn nach so einem Rücktritt? Na, ich glaube, entscheidend ist, dass man Entscheidungen treffen muss, ja, das Schlimmste im Leben ist keine Entscheidung zu treffen und das bin ich schon gewohnt gewesen, in meinem Leben Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, ich sage, in all meinen Management-Aktivitäten, die ich gesetzt habe, war eins klar, der Schlimmste ist, keine Entscheidung zu treffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, da kann man im Nachhinein sagen, es war vielleicht die falsche, aber es war eine Entscheidung, ich bin dazu gestanden, ich habe sie wie ein Mann getroffen, ja, und das ist wichtig. Tut Ihnen heute aber leid, wird es dem Rudi Anschober auch einmal leid tun? Aber es bringt nichts in den Rückspiegel. In unserer Umfrage 17% plus am Tag nach seinem Rückspiegel. Naja, aber es bringt nichts in den Rückspiegel zu schauen, ich schaue nach vorne, die Entscheidung ist gefallen, das ist so, und jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Und genauso wird es beim Rudi Anschober sein, der hat die Entscheidung getroffen, jetzt gilt es, für ihn sich um seine Gesundheit, um seine Fitness zu kümmern und eine Lebensqualität für sich auch wieder zu haben. Ist der Nachfolger eine gute Wahl? Es ist ein Arzt. Ist es gescheit, dort einen Arzt hinzusetzen? Sie kennen dieses Ministerium, Sie waren selber dabei, wie es zusammen fusioniert wurde. Es ist ein Wahnsinnsministerium, Ihre Ministerin selber hat unter der Last der Aufgabe gestöhnt und da war noch keine Pandemie. Kann ein Arzt das bewältigen? Ist es die richtige Entscheidung? Schauen Sie, die Ministerin Beate Hartinger-Klein war Gesundheitsmanagerin und als Managerin ist das sicherlich von der Ausbildung her etwas geeignetes und natürlich als Arzt auch. Ob man als Arzt dann die Managementqualitäten hat, die in einem Sozial- und Gesundheitsressort wichtig sind, das ist eine andere Frage, das kann ich nicht bewerten und natürlich hat er genauso die Chance verdient, als Minister jetzt einmal die ersten 100 Tage sich einzuarbeiten, wobei wir natürlich die größte Krise haben, die durch die Regierung inszeniert worden ist. Und da habe ich natürlich keine große Erwartung an ihn, denn er hat in den ersten Interviews und auch im Servus-TV und in anderen Interviews, die er gegeben hat, sehr klar eines gezeigt. Er ist ein totaler grüner Impfpass-Fetischist. Er sagt, Impfen oder Lockdown. Er ist für den harten Lockdown, obwohl alle Zahlen auch der AGES jetzt zeigen. Ganz interessant, die Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind, sind im Vergleich zum Dezember 2020 bis heute deutlich zurückgegangen und die Intensivbetten sind um 580 weniger geworden als im letzten Jahr. Da kann man sich nur wundern. Das zeigt, dass offenbar nicht die Überbelastung gegeben ist, von der man spricht und das passt auch zum Experten Dr. Weiß, nämlich Dr. Günther Weiß, der als Experte und Berater der Taskforce im Gesundheitsministerium tätig ist und ein honoriger Arzt ist, der jetzt sehr deutlich sich auch in der Öffentlichkeit positioniert hat und gesagt hat, er warnt vor unnötigem Pandemie-Alarmismus, er sagt raus aus dem Lockdown als Top-Infektiologe, er sagt, wir müssen jetzt endlich diese Ausgangssperren und Schließungen zurücknehmen und das ist genauso nicht sinnvoll wie das übertriebene Testen, das macht nämlich nur dort Sinn, wo es Symptome gibt und ansonsten soll es ja jeder freiwillig machen, aber nicht per Zwangsverordnung. Also es ist schon interessant und der spricht auch als renommierter Mediziner davon, dass die Situation in den Krankenhäusern nicht alarmierend ist und wir weit entfernt von einer Überbelastung sind. Ja, aber Sie haben ja leider oder manche werden vielleicht sagen kurze Trank den Sprung in die Wiener Politik nicht geschafft. Wären Sie jetzt dort, dann hätte es ja wahrscheinlich in der letzten Woche ordentlich gescheppert, weil ich könnte mir vorstellen, den Lockdown, den der Wiener Bürgermeister da über Wien verhängt hat, den hätte HC Strache nicht widerspruchslos geschluckt, oder? Also ich kann Ihnen sagen, aufgrund der nicht vorhandenen Opposition in Wien wünschen sich heute viele, sie hätten mir bei der letzten Wiener Woll ihr Vertrauen geschenkt und ich wäre im Wiener Landtag. Denn das ist genau die Stimmung, die ich mitkriege, wo viele sagen, es tut mir leid, es ist so schade, weil so jemanden wie dich braucht es in der Opposition, weil du hörst und siehst ja nichts, es gibt keine Opposition mehr. Da gibt es einen, ich sage, einen Sonnenkönig Ludwig, der einen schwachen Koalitionspartner hat, der mit sich alles machen und gewähren lässt und du hast keine Opposition, das ist ja ein Krampf und genau darum bereuen es ja viele und sagen, hörst du schon, dass ich in der Wartehalle war und gar nicht wollen gegangen bin, ich hätte dir die Stimme geben sollen, dann hätten wir starke Oppositionen. Was sagen Sie denn zu dem Lockdown, hat sie? Naja, ich muss sagen, Respekt vor dem Land, das hat man Toskosil, der jetzt mit 18. Mai den beendet und daher auch und damit auch dem Experten Dr. Weiß das Recht gibt. Wir sehen es ja und ich kann es nur immer wieder wiederholen, wir sehen es auch an anderen Staaten wie in den USA, Florida, nie einen Lockdown gehabt, Kalifornien, harte Lockdowns und wir sehen, es sind die gleichen Zollen und das gleiche Beispiel kann man auf Schweden umlegen, auf andere Länder umlegen. Wir sehen, dass der harte Lockdown eines gebracht hat, die gleichen Zollen wie bei Ländern, die keinen Lockdown haben, aber psychische Probleme, Panik, Übertreibung, Wirtschaftsschaden, Arbeitsmarktschaden, Das heißt, der Schaden ist beim Lockdown größer als bei jenen Ländern, die keinen Lockdown gehabt haben und das sehen wir und da muss man doch endlich eingestehen, dass man vielleicht einen falschen Weg beschritten hat und das auch beherzigen, was der Dr. Weiß gesagt hat, bitte hören wir auf, beenden wir den Lockdown, der Lockdown bringt nichts. Und Sie hätten gegen diesen Lockdown extrem Worte ergriffen, wenn Sie in der Politik wären? Ja, nicht nur gegen den Lockdowns. Das ist aber nicht ganz unrisikant, denn die Spitäler sind ja überfüllt und am Rande das zusammenbrust. So, das ist ja genau das, was ich jetzt extra mal recherchiert habe, weil ich ja das immer wieder gebetsmühlenartig höre. Ich habe mir jetzt einmal die AGES-Dashboard-Zahlen angeschaut, die offiziell zu den Intensivbetten. Im März 2020 hatte Österreich noch, zitiere, 2.541 Intensivbetten. Und laut AGES haben wir heute, ein Jahr später, nur mehr 2.023 Intensivbetten. Was ist denn da passiert? Da ist im Vergleich zum letzten 518 Intensivbetten weniger, sind die abgebaut worden, minus 20 Prozent, weil sie offenbar nicht gebraucht werden, weil man offenbar sagt, wir haben keine Überlastung. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, wie es wirklich ausschaut, ja, dann sieht man, dass es keine Überlastung gibt. Weil nämlich eines sichtbar wird, dass auch im Vergleich zum Dezember letzten Jahres die Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind, im Vergleich zu jetzt deutlich gesunken sind, nämlich deutlich. Das zeigt, wir erleben eine übertriebene Panikmache offensichtlich, die den Zahlen gegenüber einfach nicht standhalten. Und der Herr Ludwig ist den Experten auf den Leim gegangen? Oder warum? Das ist ja jetzt Kartonkopf. Tja, er hat eine politische Entscheidung getroffen, ja, zu der muss auch stehen, er sagt, er hat sich als Verantwortung getroffen für diese Stadt und das Gesundheitssystem. Muss auch die Verantwortung dafür tragen, aber haben Sie jetzt in dem Jahr Lockdown erlebt, dass in unserem Land die Zahlen besser werden, als wie in den Ländern, die keinen Lockdown haben? Eben nicht. Und genau da sind wir beim Thema. Und das sind die Vergleichswerte. Und da muss doch jeder einmal, der bis dato ein Verfechter des Lockdowns war, einmal wirklich selbstkritisch sich hinsetzen und sagen, eigentlich, wenn man die Länder vergleicht, die keinen Lockdown haben, die sind heute besser dastehen als wir. Und da hat sich nicht wirklich in den Zahlen was verändert, weil man permanent mit den Tests und mit den positiven Tests einen Fehler macht, in dem man sagt, ein positiver Antigentest oder ein positiver PCR-Test wird automatisch als Infektion hingestellt. Das ist es nicht. Na gut, aber dass die Leute auf der Intensivstation liegen, Infektionen haben, ist ja unbestrebt. Ja, selbstverständlich, Herr Fellner, aber Herr Fellner. Wien jetzt schreien, Hilfe, wir können nicht mehr, wir sind voll, noch 50 oder 100 weitere Patienten und unser Gesundheitssystem bricht zusammen. Was machen Sie dann, wenn Sie Wiener Bürgermeister werden? Dann kann ich nur sagen, diese Angst und Panikmache entspricht nicht der Realität und dann frage ich mich, warum man so unverantwortlich agiert. Denn ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, wenn sogar der Herr Dr. Günther Weiß, der im Gesundheitsministerium als der Top-Experte und Infektiologe tätig ist, sagt, das ist nicht wahr. Es gibt keine alarmierende Situation und keine Überbelastung in den österreichischen Krankenhäusern. Und da... Ja, der Herr Ludwig wird es ja wohl wissen, weil dem in seinen Beratern und Experten, wo ja der Chef der Krankenangst deuten der Herr Binder Federführer. Na, dann fragen Sie einmal nach, was ich Ihnen vorher aufgrund der AGES-Zahlen belegt habe, warum wir im Vergleich zum März 2020... Nein, das war ja österreichweit, das heißt ja nicht, wie es in Wien war. Warum wir 580 weniger Intensivbetten haben. Und schauen Sie sich die Intensivbettenbelegung an, die ist ähnlich der letzten 10 Jahre. Wir hatten in den letzten 10 Jahren drei-, viermal diese Situation, die wir heute haben und wir haben noch Kapazitäten. Wir hatten das ohne Corona. Wir hatten aufgrund von Hitze, von einer Hitzewelle, aufgrund von Influenza und einer Grippewelle, solche Situationen. Man tut ja so, als wäre das ein außergewöhnlicher Zustand. Das ist ja nicht der Fall. Und dann kann ich nur noch einmal sagen, man hat nicht im letzten Jahr richtig reagiert, sondern man hat Intensivbetten abgebaut, anstatt sich zu kümmern, wenn es angeblich so dramatisch sein sollte, die entsprechenden zu erhalten. Das zeigt, dass sie nicht benötigt gewesen sind, sonst hätte man sie nicht reduziert. Und das muss man mal hinterfragen. Also da ist schon einiges zu hinterfragen, wenn man sich die Zollen anschaut. Das heißt, der Herr Ludwig hat in Ihren Augen eine Fehlentscheidung getroffen, indem er den Lockdown verlängert und Sie ziehen den Hut vor Hans-Peter Troskos. Sie den Hut vor Hans-Peter Troskos. Wir sehen es aber auch in Vorarlberg und auch in den Beispielen vor dem Lockdown in Wien, in der Gastronomie, mit den Gegebenheiten, die vorher geregelt waren, gibt es keine Ansteckung. Es gibt keine Superspreader. Es gibt sie nicht. Und das heißt, es wäre sehr wohl und auch im Freien, also wir wissen heute von allen Experten, dass im Freien in der Regel keine Ansteckung stattfindet. Und trotzdem geht man her und sagt, trotz der gesunden, frischen Luft werdet ihr jetzt zwangsgenötigt, FFP2-Masken zu tragen und zwei Meter Abstände einzuhalten. Also man kann sich nur mehr wundern, was hier einfach apodiktisch hier vorgegeben wird, aber einfach nicht der Logik entspricht. Und deshalb ist es wichtig, hier auch gegenzuhalten. Wir haben eine Wirtschaft, die überleben muss. Wir haben eine Gastronomie, die überleben muss. Wenn das alles ruiniert wird und wir die Masseninsolvenzen und die Massenkonkurse erleben und eine Massenarbeitslosigkeit erleben und in Wahrheit der Schaden zur Potenz vergrößert wird im Vergleich zu Schweden und anderen Ländern, die keinen Lockdown haben, dann muss man diese Verantwortungsträger auch zur Verantwortung ziehen, weil die tragen die Verantwortung dafür. Die haben in Wahrheit keine Entwicklung sichergestellt, wo es weniger Infektionen gibt als jene Länder, die keinen Lockdown haben. Und wenn der HC Strache jetzt Wiener Bürgermeister wäre, das heißt, wenn die letzte Wahl um 180 Grad anders ausgegangen wäre, als sie ausgegangen ist, was würden Sie dann machen? Alles aufsperren? Mit Regelungen und mit klaren Vorgaben wäre es notwendig gewesen, den Handel offen zu halten, aber auch die Gastronomie möglich zu machen, mit Vorgaben, die wir gehabt haben. Eine vernünftige Regelung, wo wir, ich sage, eine halbwegs normale Normalität erleben. Und die Maskenpflicht in Supermärkten, in Geschäften, in Büros, in Schulen, die würden Sie aufheben? Also ich sage Ihnen eins, ich habe immer Verständnis gehabt, wenn es um den Supermarkt geht, wenn es um die öffentlichen Verkehrsmittel geht, dort macht es Sinn. Es macht keinen Sinn, Kinder zu nötigen, eine Maske zu tragen, wenn sie vorher einen negativen Test gemacht haben. Das ist absurd. Und das passt einfach nicht zusammen. Und das muss man natürlich ändern. Und ich habe immer gesagt, die Freiwilligkeit ist das Prinzip. Wenn wir endlich hergehen würden und diese Selbsttests, die Sie auch verwenden, den Bürgern kostenlos zur Verfügung stellen, nicht als Zwang, als freiwilligen Test und jeder Bürger das acht Wochen macht, jeden Tag, dann hätten wir diese Krise hinter uns. Denn wenn einer positiv ist, bleibt er daheim, meldet es. Wenn einer negativ ist, kann er rausgehen. Das wäre die Eigenverantwortung, mit der wir diese Krise relativ rasch unter Kontrolle gebracht haben. Also abschließend, HC Strache sagt, bitte endlich aufspüren und weg mit den Masken. Weg mit Zwangsverpflichtungen, genauso wie eine Maskenzwangsverordnung oder auch eine Testzwangsverordnung, genauso wenig brauchen wir eine Impfzwangsverordnung. Das hat in einer freien, demokratischen Gesellschaft nichts verloren. Und kein Lockdown. Lockdown muss endlich fallen. Raus aus diesem wahnsinnigen und verrückten und schädlichen Lockdown. Gut, das war HC Strache am Donnerstag. Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sind am Ende von Vellner Live angekommen. Morgen kommt der beste Freund von HC Strache ins Studio. Das ist? Sie werden es mir verraten. Der liebe Sebastian, oder? Wie Sie immer wieder in SMS geschrieben haben. Also morgen, morgen der Bundeskanzler bei Vellner Live, Sebastian Kurz, nach einer für ihn höchst erfolgreichen Woche. Sie haben gesehen, er hat in den Umfragen zugelegt, weil er dieses kleine Impfwunder geschafft hat, vermutlich. Aber er wird natürlich auch zum Anschub an Rücktritt Stellung nehmen. Er wird auch zu den Chats Stellung nehmen. Also morgen der Kanzler bei Vellner Live. Was war das für ein Impfwunder? Das muss ich noch mehr... Da ist ja kein Impfwunder passiert. Ja, eine Million Dosen mehr, sind Sie froh. Das sind ja nicht mehr. Die werden nur vorgezogen. Sie lassen sich nicht impfen. Die Scharfe wird ja nur vorgezogen. Das ist ja nicht mehr. Allerweise wird vorgezogen. So, aber dem HC Strache ist das wurscht, bitte lasst Sie eh nicht impfen. Also, morgen der Kanzler bei uns. Morgen übrigens auch Alma Sadic bei uns. Vielleicht kannst du ein bisschen zum Verfahren von HC Strache Stellung nehmen. Also, ein spannender Freitagmorgen mit Sebastian Kurz und Alma Sadic. Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind um 21 Uhr bei Vellner Live. mit ihr in der ridenüben